Was geht ab, Freunde? Es ist Wochenende, Freitag. Ich bin hier auf der Stiebler Dorfkirmes und werde euch ein bisschen mitnehmen. Übrigens spielen wir jetzt am Sonntag gegen Kalte Hart. Darum geht es auch im Video. Top-Spiel gegen den Ersten. Wir brauchen unbedingt die drei Punkte, um da oben mitspielen zu können. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Abo da, ein Like und folgt mir auf Instagram. Let's go! Ja, kann sich sehen lassen. Hier ist ein Bierzelt und da sehe ich auch schon Lichter. Gehen wir mal weiter. Oh, das ist mein Lieblingsstand. Backkartoffeln. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und nebenan gibt es sofort was Süßes. Aber wie ihr sehen könnt, mega voll, mega voll. Was sagst du, Maxi? Stiefel. Maxi sagt nur Stiefel dazu. Das ist übrigens hier der Stand, wo wir immer stehen. Der Lindenhofstand. Und hier ist der ganze Verein eigentlich da. Ja, und ja. So, und genau solche Meter gehen hier jede Sekunde über die Bühne. Hier unten seht ihr. Ja, und solche Meter gehen hier die ganze Zeit weg. Ja, ich würde sagen, die Jungs machen hier einen super Job. Ne, geben Vollgas. So, das ist Bückel. Spieler der ersten Mannschaft. Topscorer der ersten Mannschaft. Was sagst du zu Dorfkäme? Sei ehrlich. Ja, absolutes Highlight. Immer wieder geil. Von Freitag bis Montag einfach Vollgas. Gibt es da vorher das Gehirn ab, gibt es einfach Gas. Einfach nur geil. Sei ehrlich, wie viele Meter gehen hier über die Theke? Ja, ich sag mal so 10 bis 15 in der Stunde. Das kannst du dann hochrechnen. Das ist einiges. Wie viele Bier verträgst du? Da sprechen wir jetzt nicht drüber. Das ist mein Geheimnis. Es geht auf jeden Fall immer weiter. Immer weiter. Der Zug hat keine Bremse. Ich bin jetzt hoch, denn in der Stunde. 10, 11, 12, mit den Trämpigen. Freit, Freit, Freit. Prost, ihr Schöpfe. Prost, du Sack. Mein Lieblingsessen auf der Chemie sind diese Chappen-Jungs. Extrem geil. Ja, okay, Schweineteuer, aber sehr, sehr lecker. Da wollen die drauf, aber mir wird schon schwindelig vom Mann gucken. Unglaublich. Der Kollege will da drauf. Der Kollege. Ja. Der ist verrückt. Der ist verrückt. Ne, 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 ne. Also, wenn ich da drauf gehen würde, wie der Kollege hier. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ich würde kotzen. Nein, 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 lieber nicht. Guckt ihr das mal an? Ist der verrückt. Ist der verrückte, Kollege. Oh mein Gott. So, Freunde. Heute, jetzt gleich ist es soweit. Der erste kalte Haar trifft auf uns, den vierten. Und ich bin schon extrem aufgeregt. Gleich ist es soweit. Und wir müssen das Spiel gewinnen, um da oben irgendwas noch erreichen zu können. So, die dritte ist auch gerade beim Spiel gegen Sanjak. Sanjak gegen Sanjak spielen die. Ich weiß nicht, wie viel es steht. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ja, Tabellensituation ist, glaube ich, bekannt. Wir spielen gegen Tabellenführer. Die haben bis jetzt nicht viel liegen lassen. Im Gegensatz zu uns. Wir haben uns leider in den ersten Wochen jetzt einige dumme Fehler erlaubt. Und leider auch zu viele Gegentore kassiert, als dass wir da irgendwie viel weiter oben stehen könnten. Heute ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Wir müssen uns wirklich alle zu 100% da reinknallen. Sonst wird das hier nichts. Wir haben wirklich eine super Besetzung. Wir haben 17 Mann heute an Bord. Wir haben wirklich jede Position gut besetzt. Zur Aufstellung kommen wir auch gleich. Jeder von euch muss gleich in jedem Zweikampf präsent sein. Und ihr müsst laut sein. Man muss merken, dass wir auf dem Platz sind. Ab der ersten Sekunde möchte ich wirklich jeden hören. Bei jedem gewonnenen Zweikampf. Bei jeder guten Aktion von dem Mitspieler möchte ich, dass wir laut sind, dass wir den loben, dass wir pushen. Und auch wenn mal irgendwas nicht klappt, möchte ich nicht, dass die Köpfe runtergehen. Sondern dann müssen wir sagen, wir sind jetzt da. Und in der nächsten Aktion machen wir das Ding. Wir werden versuchen, dieses Mal die Dinge etwas spielerischer zu lösen als in der letzten Woche. Wir haben auf einer scheiß Asche gespielt. Da war nicht viel möglich. In dieser Woche spielen wir auf einem super Platz hier bei uns. Der ist klein, der liegt uns. Und deswegen werden wir auch versuchen, uns hinten rauszukombinieren. Natürlich, wir haben immer Leute, die einen guten Diagonalball spielen können. Wir haben schnelle Leute vorne in der Offensive. Das ist immer ein Mittel, um das mal zu machen. Aber wir werden erstmal versuchen, wirklich auch über die Sechser zu spielen. Und den Spielaufbau ruhig zu machen. In Ballbesitz zu bleiben. Gegen den Ball werden wir nicht vorne anlaufen. Sondern wir werden in dieser Woche etwas tiefer stehen. Das bedeutet, der Anlaufpunkt für unsere Offensivspieler ist ungefähr so der Mittelkreis der gegnerischen Hälfte. Von daher laufen wir natürlich wie immer von innen an. Versuchen den Gegner dazu zu zwingen, den Ball auf die Außenverteidigerposition zu spielen. Und da machen wir das Ding dazu. Wir werden mit der Viererkette etwas tiefer stehen als sonst. Wir haben unheimlich viele Kontratore passiert in den ersten Wochen. Das wird uns heute nicht passieren. Wir starten natürlich mit Timo und Tor. In der Innenverteidigung, heute mal etwas anders, werden Bifi und ich starten. Wir haben es schon gesehen, die haben einen Stürmer dabei. Er hat die Hälfte der Tore von denen gemacht. Und da müssen wir zusehen, dass wir den aus dem Spiel nehmen. Deswegen etwas defensiver als sonst. Auf der rechten Verteidigerposition starten wir mit dem Katzer. Hast du auch schon das ein oder andere Mal in deinem Leben gespielt. Ich denke mal, das wird heute auch gut klappen. Auf dem linken Verteidiger war mit dem Focke. Die Position hast du auch letztes Jahr sehr, sehr oft gespielt bei uns. Sehr, sehr oft auch sehr gut gespielt. Und du hast mit dem Mo vor dir einen Spieler, mit dem du auch gut zusammenzocken kannst. Mach da ruhig den Druck nach vorne. Die linke Seite wird ganz klar unsere offensivere Seite sein. Der Katzer wird da nicht die Flügelläufer auf der anderen Seite schlagen. Das heißt, das Spiel auf die linke Seite wird fokussiert. Auf der 6 starten wir dann mit Paul. Zusammen mit dem Steffen. Du hast das schon einmal gut gemacht gegen Landrea, als ich weg war. Das möchte ich heute genauso sehen. Ganz, ganz wichtig ist da heute die Laufarbeit. Das ist wirklich eine Truppe, die kann Fußball spielen, sonst würden die nicht da oben stehen. Auch wenn das Kreisliga 10 jetzt ist, die nudeln wir nicht mal ebenso mit dem linken Ei weg. Da müssen wir wirklich Gas heben. Also, auf der rechten Seite starten wir dann heute mal mit dem Tim. Bis jetzt hast du meistens rechter Verteidiger gespielt. Heute kriegst du mal die offensivere Rolle. Gib Gas, hau dich rein, solange wie es geht. Du konntest natürlich jetzt viele Wochen nicht so regelmäßig trainieren. Aber das ist kein Grund, dass du heute irgendwie draußen sitzt. Also das ist ein wichtiges Spiel. Da brauchen wir dich wirklich zu 100%. Gib alles, was du hast. Auf der 10er Position starten wir heute mit Maxi. Du hast die letzten Wochen meistens 6er gespielt. Heute darfst du endlich mal wieder offensiv rein. Du hast letztes Jahr auch deine Tore gemacht. Und das wird heute auch wieder der Fall sein. Vorne drin starten wir dann mit Stetze. Du hast in der letzten Woche eine gute Partie gemacht. Hat leider nicht, oder vorletzte Woche, hat leider nicht gereicht für die drei Punkte. Aber ich glaube, du kannst uns da die Tiefe im Spiel geben. Und das wird wertvoll sein heute. Auf der Bank haben wir dann Benno, Luis, Arthur, Ficht, Simon und Marius. Ihr seht, wir haben wieder 17 Mann an Bord. Das heißt, auch heute wird es mindestens einen treffen, der nicht spielen kann. Wir müssen schauen, wie das Spiel läuft, wie wir wechseln können. Und ich hoffe, dass jeder von euch dafür Verständnis hat, wenn es einen vielleicht mal selber trifft. Ihr wisst, das läuft von Woche zu Woche immer mal ein bisschen anders. Aber wir lassen uns jetzt noch 6-7 Minuten Zeit, dann gehen wir nach draußen. Ich habe noch eine kleine Sache. Und zwar, Jungs, bitte gut mir den Gefallen. Ich habe gemerkt, auf dem Platz, wir reden zu wenig, wir schreien zu wenig. Wenn ein Gegenspieler hinter uns ist oder wenn wir Platz haben, bitte lasst uns das umsetzen, dass wenn ein Gegenspieler hinter mir ist oder hinter irgendeinem anderen von euch, schreit Hintermann, aber auch laut, so dass man das hört. Oder wenn er Zeit hat, so dass er Zeit hat, sich zu drehen. Weil wir wissen oft nicht, dass wir genug Platz haben und schlagen den Ball einfach nach vorne, weil wir wissen nicht, ob ein Gegenspieler hinter uns ist oder nicht. Und lasst uns das mal heute anders machen. Lasst uns wirklich da rausgehen, schreien, wenn ein Gegenspieler hinter uns ist. Und auch wenn nicht, sagen, dass man halt genug Platz hat. Weil oft habe ich den Gedanken, ein Gegenspieler ist hinter mir, dann schlage ich den Ball einfach aus. Und dann ist das ein verlorener Ball. Und mehr die Pässe spielen, Jungs. Lasst uns bewegen, Pässe spielen. Und wenn wir sehen, etwas klappt nicht, versuchen wir es halt anders. Und hau nicht weiter mit langen Bällen nach vorne, obwohl wir sehen, es klappt einfach nicht. Huscht euch, lasst uns das heute machen hier. Und ich bin extrem gehypt, ich sage euch die Wahrheit. Ich will das Ding heute gewinnen. Egal wie, ich werde ihm in den Arsch aufreißen. Und genau das erwarte ich auch von euch. Auch wenn das Kreisliga C ist, wie der Maxi immer sagt, ja, es ist Kreisliga C, alles locker. Trotzdem will ich heute hier gewinnen. Ich weiß gar nicht, was wir meinen. Anstoß, Freunde, der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Kalter hat mit einer Großchance von rechts, leider aber zum Gegenspieler, der den Ball direkt schießt. Der kommt super aufs Tor, aber Timo hält glänzend. Anschließend gab es eine Ecke, die wird ausgeführt, von uns aber super verteidigt. Der Ball kommt zu mir, ich hole den perfekt runter, spiele den in den Lauf von Maxi. Stetze spielt zurück. In der Situation hat Stetze den Ball super errungen, spielt den quer zu mir. Ich sehe nicht, dass ich genug Zeit und Platz habe. Nimm den direkt und ja, mit volles Risiko, leider daneben. Unsere Nummer 4, Selle, bekommt den Ball auf den Fuß, schießt aus der Drehung und der Ball wird wirklich richtig gefährlich. Aber der Torwart beinhaltet den glänzend. Ein Spieler von Kalter Art, klärt zur Ecke. 23. Minute, Focke flankt den Ball auf den zweiten Pfosten. Selle denkt, er kommt da noch dran, aber der Torwart ist da etwas schneller. Wir springen in die 37. Minute. Die Nummer 14, kriegt den Pass, steht komplett blank im Strafraum, schießt, Ball gegen Pfosten und mit viel Glück ist das Ding reingegangen. Ja, zu dem Zeitpunkt leider sehr, sehr bitter. 40. Minute, Stetze kickt den Ball, legt sich den auf links, schießt aufs Tor, aber der kommt zu zentral und der Torwart kann ihn sehr gut halten. Das ist eine große Chance, Paul spielt den Ball auf Stetze, Stetze direkt in Maxis Lauf, Maxi schießt aber direkt und er lässt sich nicht Zeit und der Torwart kriegt ihn. Wir sind von der ersten Sekunde an dem Spiel gewesen, haben wir unsere Chancen gehabt, aber tut euch doch mal die Ruhe an. Mo, Maxi, Tim, nicht immer mit dem ersten Kontakt, nehmt den Ball an und schiebt den überlebt in die Ecke. Das waren drei Situationen, wo mindestens ein, wenn nicht zwei Tore draus fallen müssen. Wir müssen das genauso weiterspielen, wir müssen genauso dranbleiben, genauso sprechen, wie wir es jetzt gemacht haben und dann gibt es hier heute nur einen Gewinner und das sind wir. Die machen nach vorne nichts, das Tor, was passiert ist, ist, weil ich in den Lauf grätsche und Strupp hier nicht mehr hinkomme. Das war das einzige Ding, außer Fernschüsse, die wir noch hatten. Nach vorne passiert gar nichts. Wir müssen einfach nur konsequent unsere Dinge ausspielen und überlegt vorne die Abschlüsse suchen. Dann machen wir hier gleich schnell zwei, drei Dinge und dann gewinnen wir das Spiel hier heute. Ganz einfache Nummer, nur genau so dranbleiben. Wenn Maxi gerade ein Kommando kriegt, Maxi, du hast Zeit, nimm den Ball an, dann nimmt er den Ball an und sagt was. Ja, der Pico sagt doch was. Ja, aber trotzdem, er kann ihn annehmen, der 10 Meter passt schon in alle Richtungen. Ja, ja, natürlich. Das macht er einfacher. Sprech miteinander. Wir geben uns zu wenig Kommandos, wir spielen zu viel lange Bälle hinten raus. Arius, Arthur! Ja, wir sind nicht schlechter als die Technik, wir sind besser als die Technik. Warum nutzen wir das nicht aus? Ja, ihr habt gesehen, gute erste Halbzeit eigentlich, aber wir machen die Dinger da vorne nicht. Wir haben sechs, sieben Großchancen, die kriegen eine Chance, eine Halbchance sozusagen und der geht rein. Ja, ich wurde jetzt ausgewechselt, hab eine kleine Pause und dann gucken wir mal, wir machen das Beste draus. Aber ja, es läuft scheiße einfach, es läuft richtig scheiße. 47. Minute, unser Freistoß, König Strupek tritt zum Freistoß an, schießt und ja, Struppi, Einsatz mit X an, war wohl nicht so ein Freund. Eine Minute später, Pico schießt und der landet auch daneben. Mann, 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 was haben wir alles liegen lassen. 50. Minute, Pico erobert den Ball, Strupek läuft schön mit zurück, spielt ihn auf Steffen, Steffen spielt ihn direkt nach vorne und Selle schießt und der geht wieder nicht. 54. Halbchance aus gut 18 Metern für Kaltehardt, 58. Minute, geiler Freistoß von Bifi auf den zweiten Pfosten auf Strupek und Strupek steht zwei Meter vorm Tor und haut den Ball komplett drüber. Ja, das ist Liga 10. 50. Minute, die Nummer 10 bringt eine gute Flanke in den Strafraum, wie der Mitspieler noch bekommt. Bifi steht da und kann Gott sei Dank seinen Fuß vorhalten. Ball ist aber noch nicht ganz geklärt, kommt an den 16er, wird da ein bisschen hin und her gespielt, dann zurückgespielt, Flanke und Gott sei Dank an dem Schiebein und der Ball geht ins Aus. Kann ein Ball, der den Rücken gespielt wurde, kann ein Ball sein zu einem, das haben wir heute mehrfach, das habe ich auch mehrfach schon gemacht. 80. Minute, Ecke, Timo boxt den Ball zur Seite, kommt aber zum Gegenspieler, der direkt schießt. 84. die Nummer 10, kriegt einen super Steckpass, Timo sieht, das kommt raus und klärt den ins Aus. 85. Minute, jetzt geht es Schlag auf Schlag, die Nummer 10, kriegt wieder den Ball, gefährlich in unser Strafraum, schießt und der Ball geht links daneben. 88. Minute, Focke setzt sich auf der linken Seite gut durch mit einer super Flanke, Kickstein kommt da leider nicht dran und der Ball wird super vom Torwart pariert. In der 90. Minute schlägt Marius eine super Flanke auf den zweiten Pfosten, auf Kickstein, Softballtor, stark gemacht, Junge, Maschine. Kickstein ist mit dem Anschlusstreffer. Mittlerweile sind wir in der 97. Minute mit einer Ecke, letzte Ecke, von Focke getreten, auf den zweiten Pfosten, Ficht kommt irgendwie noch mit dem, ich wollte es nicht sagen, mit dem Pillemann dran und der Ball geht ins Tor und wir erkämpfen uns ein 2 zu 2. Ja, das war es mit dem Kreisliga-Block, wir lagen 2-0 zwischenzeitlich hinten und haben es noch hingekriegt, ein 2-2 draus zu machen. Eigentlich hätten wir das Spiel von den ersten 30 Minuten schon zumachen können, den Sack zumachen können. Ich habe ein, zwei dumme Entscheidungen getroffen und der Rest leider auch. Egal, den Punkten immer mit, Hauptsache die haben nicht gewonnen und es geht weiter. Wir sehen uns nächste Woche, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst ihr einen Like, abonniert den Kanal und folgt mir auf Instagram. Ciao, ciao.